Naja, du standst da so lange drin, auf einmal ist die Bubble weg gewesen und dann hast du ihn gehabt. Nicht schlecht, mach mal mit dem Crypt Pfeil das mit dem Golden Kanone. Hier sind Viecher mitten in der Bubble drin, ey. Ja genau, tanzt jetzt ausgerechnet den kalten Tanz, ne? Natürlich nicht, aber ihr müsst zu mir hin, ne zu mir. Äh, Sniper. Nicht, dass ich gleich erschossen werde von dem Hinteren. Gut. Und... Ah, verdammt. Perfekt. Ich... Hä? Warum? Wa... Hä? Das ist ein Witz. Egal. Ich dachte ihnen grad, hä? Was ist jetzt kaputt ist denn mit der Bubble tot? Aber egal. War zumindest ne beste Runde da als mit, äh, hier, äh, Money, Haut rauf und so weiter. Wobei er aber für sich gehofft das probiert haben. Ich hab nichts dagegen. Ich... Mein Controller ist in Ordnung, du Witzbold. Mal gucken, ob ich's mit mir hier hinkriege. Los! Jetzt schwitze ich richtig, ey. Jetzt bin ich voll am schwitzen hier. Sniper. Uuuuund... Ich hab den Büff. Was? Alah, nee. Alter. das ist auch eine idee wir haben ja würde ich sonst machen kann ja auch machen weil ich jetzt nicht der springer wenn ne welcher springer nicht bin mensch hat doch gesagt willst du mich verarschen schon wieder ich spring gleich freilich in tod los ab dem booth ab dem booth ja 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 Sniper Ich auch, guck grad nach oben, denke gleich hat er den Buff perfekt und dann Ich hab die Agilität Gott sei Dank nicht so hoch. Ich bring damit viel zu hoch sonst Oh, das ist doch nicht wahr. Schon wieder ich? Oh, ich hasse es. Ich kann starten, oder wie ist das? Ok Hab den Buff Oh, verdammt, ey Ah, willst du mich verarschen? Oh, Gott, ey Ich hasse es, mit dem da hochzuspringen Kriegt auf ihn Jetzt nicht mehr Das ist ein Witz Außer wenn sie stirbt Sie ist tot, runter Die kleinen, die großen, die sind tot Ok, sind tot Weiter, schnell Naguna, perfekt Ich hasse es zu sein Ich mag's nicht mit dem Jäger Sniper, in 5 Sekunden Jetzt Und Ich hab'n Pfeil Kommt in die Mitte Ich hab'ne Fahne 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 Hat'n Fall gesetzt Alter, die geht runter wie Butter Sie ist tot Sie ist tot Das ist ein Scherz Das ist ein Witz Das ist ein Witz, ey Das ist ein Scherz Nur Bruchstücke raus Nicht normal Nur Bruchstücke Aber nichts anderes, ey Jetzt fehlen mir 4 Bruchstücke Die werde ich nach rüber setzen Vom Warlock Ich mach'n hier mit Laguna die Scheiße dann Ja, wir haben doch einen Ich mach'n hier mit Laguna die Scheiße dann Einen haben wir nur Nein, wir haben 2 Äh, einen Ja, ich 2 Wir haben 2 Ich spiel's jetzt in Zücherlande, ey Wer willst du 2 haben? Also ich bin bei Laguna Immer bin ich bei Laguna Ich übernehme wieder die rechte Bubble Hier hinten Bei dieser Plattform dann Gehört Ja Ja, ich löse hier hinten rechts die aus Auf der rechten Seite Ja, einer muss ja hier auch noch mitwenden Die auseinander sind Ja, einer muss Genau Gut, dann machen wir die Ja, ich hab' schon gehört, E.ON Ja, ja Ach, warte mal Bevor wir starten Bevor wir starten Muss ich erstmal was probieren Ah, Gott Oh, ich komme rauf Krass Ich komm' wieder rauf Ja, jetzt ist kein Problem mehr hoch zu kommen Super Ich hab' doch gesagt, es liegt ein Controller Scheiße, ich hab' mal vier Schuss Ach stimmt, er sprügt ja noch, er schlägt ja noch Ach, du scheiße, er ist fast tot Meine Fresse Hä, wird das angeschossen? Nee Direkt oben Direkt oben Direkt geschafft Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon, komm schon Nooo Oh fuck, ey Der hat mich mit einem Schlag fast runtergeschlagen, ey Ja, ist in Ordnung Hat ein Viertel gekriegt Gut Gut Woah Alter Die 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 Psycho So, wo geht er hin? Na, da geht er hin Ja, ja, ich komme schon